Hab ihn noch nicht gebaut. Ich hab nicht so viel Metall. So, haben wir hier noch ein Crewmitglied. Das würde mich ja freuen. Ähm. Da ist glaube ich leer. Hier haben wir keine Aliens. Das ist sehr schade. Oh, da ist was. Was wir mitnehmen können. Credits. Credits. Jawohl. Dann gehen wir mal hier rein. Ich glaube hier sind mal wieder keine Aliens. Die sich rumtreiben. Weil ansonsten hätten wir glaube ich schon welche auf dem Gang getroffen. So, dann bin ich mal gespannt. Ob wir hier noch jemanden rumliegen haben. Der zur Crew gehören möchte demnächst. Ja. Da steht ein Schreibtisch und so. Das hätte ich auch gerne, wenn ich das bauen könnte. Also das ist auch eine Funktion erfüllt vielleicht. So, dann gehen wir mal in den Maschinenraum. Da wird wahrscheinlich niemand in der Ecke rumliegen. Der letzte Chance. Ach, das ist wahrscheinlich nur Lager und Luftschleuse. Ja. Dann alles klar. Dann liegt hier niemand in diesem Schiff. Oder ist mir wieder was. Oh, und wir finden Dünger. Mega. Ist mir wieder was entgangen? Leute. Ich sehe auf jeden Fall kein Zahnrädchen hier. Ne. Hier ist niemand. Okay. Und es ist Schlafenszeit. So. Und da Schlafenszeit ist, würde ich doch mal sagen, alle liegen in den Betten. Es wird nochmal kurz abgeladen. So. Pause. So. Und da bin ich auch schon wieder. Oder was heißt auch wieder. Herzlich willkommen zurück aus der Pause. Ich habe mir mal gerade ein Getränk geholt. Und wir können nochmal hier das wieder schneller anmachen. Damit die Sachen aus dem Schiff geholt werden. Und so. Ich hätte das auch mal laufen lassen können in der Pause. Wir sind ja noch im ersten Sektor. Da kommen auch keine Piraten, die uns irgendwie angreifen, wo wir die Flucht ergreifen müssen. Oder so etwas. Nahrung. Wir bauen Hochbeet mit Licht. Bauen wir ein drittes hier hinten hin. Damit ordentlich. Oh. Und wir haben ein Klinikbett. Jawoll. Neue Forschung. Dann gucken wir uns mal an. Wir haben jetzt noch Ernährung. Ernährung für Fortgeschritten ist pausiert. Weil. Wir brauchen Wurzelgemüse. Und wir brauchen Experimentieren mit Früchten. Oh. Okay. Wir haben ein Klinikbett. Chirurgische Verbesserungsanlage. Wir können. Oh. Anatomische Augmentation. Nanotech Augmentation. Hallöchen. Hallöchen. Na das ist ja mal. Das ist ja mal eine Sache. So. Stromspeicherknoten. Wir sollten demnächst umstellen auf Energiestäbe. Ah ne. Dafür brauchen wir. Dafür brauchen wir erstmal Sachen hier. Industrie. Metallraffinerie. Oder Industrie 2. Ne. Metallraffinerie. Mikroweber. Chemische Raffinerie. Oder Treibstoffraffinerie. Ich würde sagen erstmal. Chemische Raffinerie. Und dann Treibstoffraffinerie. Forschen. Wir sind auf einem guten Weg. Komposter könnte auch sinnvoll sein. Komposter braucht nicht so viel. Komposter machen wir mal so. Und dann wäre künstliches Fleisch dran, dass wir Zeug machen können. Und dann haben wir hier oben bei Industrie. Ne. Hier. Diese beiden Sachen. Und damit können wir dann Stromspeicherknoten und den. Den bauen und dann den. So. Jetzt haben wir mal ordentlich Zeug gebaut. Und wir könnten. Wir könnten auch noch ein zweites Forschungspult bauen. Ein. Ne. Nicht Einrichtung. Oh. Zierpflanze. Kein Bediener nötig. Diese Zierpflanze kann platziert werden, um einen kleinen Bonus auf das Freizeitwohlbehagen zu erhalten. Ähm. Okay. Cool. Wir können Zierpflanzen. Das machen wir jetzt gleich mal. Wir bauen erstmal noch ein Forschungsterminal. Hier hinten hin. Zack. Boom. Dass zwei Leute forschen können. Und dann würde ich mal sagen. Ähm. Ähm. Deko. Eine Zierpflanze. Machen wir mal. Hier ins Schlafzimmer. Und äh. Und äh. Haben wir hier irgendwo. Ne. Wir haben hier nirgendwo. Äh. Pflanzenwand. Oh. Eine Pflanzenwand. Cool. Zack. 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 Machen wir mal hier Pflanzenwände hin. Damit es ein bisschen netter aussieht. Das ist ja großartig. Schön. Mh. Jetzt bin ich wieder klein. Ja. Ah. Mist. Ja. Hoffentlich kümmert sich nicht Herr Wörl um die Pflanzen. Das ist richtig. Der mit dem braunen Daumen. Schade, dass die nicht irgendwie Sachen machen wie Sauerstoff oder CO2 oder ist nur zur Deko. Aber okay. Sieht irgendwie schöner aus. Wir können uns mal angucken. Wie sieht das denn hier mit Komfort aus? Das geht schon hier. Ah. Licht. Hier ist äh. Stockbett minus eins. Stockbett minus eins. Ähm. Heißt da hinten könnten wir mal ähm zack, 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 zack für Licht sorgen. Und ansonsten haben wir hier Wohlbehagen wegen Licht vier und fünf. Ja. Die Pflanzen bringen nicht so richtig was. Kann das sein? Hm. Okay. Haben wir hier ein paar Pflanzenwände hin. Äh. Vielleicht könnte man chirurgisch ja einen grünen Daumen verpassen. So. Wie sieht's denn aus? Oh, das Schiff ist schon ordentlich dezimiert. Ja. Ähm. Mal in der Küche gucken. Äh. Einstellungen. Wir haben... Okay, Monsterfleisch benutzen wir nicht. Menschenfleisch benutzen wir auch nicht. Oh, und das kommt ein Zivilistenschiff. Tja. Äh. Wir haben leider nicht so richtig viel von den Sachen. Wir lassen das erstmal laufen. Ähm. Können mal gucken, wie sind denn die Zustände? Keine Deko? Doch, wir haben Deko. Hier haben wir überall Deko. Guck doch mal hin. Wir könnten hier auch noch Deko hinstellen. Da macht vielleicht... Da macht's vielleicht, äh... Deko. Hier könnten wir mal... Ein Zierpflänzchen hinstellen. Und Einrichtungen könnten wir mal hier ein Deckungselement hinstellen. Und da könnten wir mal ein Deckungselement hinstellen. Und, äh... Ich... Ne, da können wir leider keins hinstellen. Wie ärgerlich. Ähm. Können wir hier so mit einen einzelnen Saal stellen? Hier stellen wir mal eins hin. Wir können auch... Äh... Ja, ich werde angefunkt. Hallo. Da können wir auch mal ein bisschen was hinstellen. Du sprichst jetzt mit Zivilisten. Sei gegrüßt, Weltraumreisender. Bei uns sind ein paar Ressourcen knapp geworden. Wärst du bereit, uns zu helfen? Wir benötigen drei Kohlenstoff. Äh... Wir haben Kohlenstoff. Irgendwie zehn gesammelt. Und den benutzen wir nur für den CO2-Erzeuger in unserem Gewächshaus. Das heißt... Äh... Ja. Da bin ich bereit, euch zu helfen. Wissen die freundliche Geste zu schätzen. Wie schön. Dann... Äh... Wollen wir auch nochmal Handel treiben. Äh... Lasst uns Handel treiben. Was habt ihr an Dienstleistungen? Ach... Zaraizani ist schon wieder verletzt. Was ist denn los? Äh... Wir könnten Menschenfleisch verkaufen. Das wollen sie tatsächlich haben. Äh... Biomasse geben sie nicht so viel Kohle. Äh... Wir könnten Energiestäbe verkaufen, weil wir sie im Moment nicht benutzen. Äh... Könnten Elektronikteile verkaufen. Ach nee. Haben sie was, was wir haben wollen? Ist die Frage. Haben sie Plastik? Sie haben Plastik für teuer Geld. Ähm... Und haben sie Metall? Nee, haben sie nicht. Plastik für teuer Geld? Nee. Will ich mir nicht leisten. Wobei noch eine Wumme wäre natürlich richtig cool, ne? Ein... Ja, komm. Ein Plastik kaufen wir uns. Und... Verkaufen wir noch irgendwas an sie? Äh... Ich würde sagen, nein. Kein guter Preis für Biomasse. Die Pflanzen und alles andere haben auch nur auf einen Bereich Effekt. Ja, das dachte ich mir. Ähm... Gucken wir mal. Ah, Licht durch unbehagliche Umgebung, äh... Aufgehoben. Wegen den Etagenbetten wahrscheinlich, ne? Ja. Aber die Pflanzen werden hier nicht angezeigt. Ha. Interessant. Naja, aber es ist ein bisschen grüner geworden. Das finde ich doch ganz schön. Falsches Wohlbehagen. Äh... Oh, hier hinten müssen wir Temperatur regulieren, sehe ich gerade. Ähm... Das machen wir doch jetzt mal. Lebenserhaltung. Äh... Kloppen wir da hinten mal so einen... Ausgleich-Ding sie hin. Äh... Gibt es hier noch was anderes? Ah! Freizeitwohlbehagen. Arbeitswohlbehagen. Freizeitwohlbehagen. Ist hier schlecht. Und Schlafwohlbehagen. Ist hier... Betten, zwölf, Tische, fünf. Ja, durch den Nachttisch. Okay. Okay. Pausenwohlbehagen. Ist hier... Ja. Ist hier super. Pflanzen, Tische, Licht, Sitzmöbel. Ach, cool. Und Arbeitswohlbehagen. Da bringen die Pflanzen nicht so richtig was. Ja. Egal. Aber das ist ja super. Ah, da kann man unten umstellen. Das habe ich nicht gesehen. Ähm... wieder was gelernt. Und jetzt sind wir hier fast fertig. Und das Schiff ist schon wieder weggesprungen. So, es wird wild gearbeitet. Sehr schön. Ist die Temperatur hier hinten runtergegangen. Bis hier. Der Generator macht noch so ein bisschen Wärme. Aber der da hinten in der Ecke hilft auf jeden Fall. Das ist schön. Das ist schön. Sauerstoff sieht jetzt irgendwie überall ganz gut aus. Ach Mist, hier hinten. Ähm... Früchte, Früchte. Wurzelgemüse, Wurzelgemüse, Wurzelgemüse. Wir müssen ein bisschen Überschuss haben. Weil wir haben gerade gar keinen Gemüseüberschuss. Das ist so ein bisschen... Äh... Das ist tatsächlich so ein bisschen kritisch gerade, ne? Äh... Können wir hier noch einen... Sollten wir. Äh... Wir bauen noch mal... Hier hinten sowas an. Oh, Kompost da. Alles klar. Ähm... Upsi. Mal langsam. Bau ich hier hinten noch sowas an? Oder baue ich hier was an? Ich habe eine Idee. Wir machen so. Jupp. Und wir machen... So. Jo. Das müssen wir doch mit den Kapseln jetzt mal fix hinkriegen. Demnächst hoffe ich. Dann kann ich nämlich den CO2-Generator hier hinten hinknallen. Und hier noch ein Hochbeet hin. Jawohl. So. Einmal bewegen. Zack. Äh... Und... Habe ich noch genug... Wir haben 21. Ja. Wahnsinn. Äh... Ja. Jetzt muss der dann nur weggebaut werden. Dann kann ich da noch ein Hochbeet hinsetzen. Cool, cool. Einfach wild überall hinklicken und gucken, ob was passiert. Ja. Monkey testen. Ähm... Oh. Das hier ist fast fertig abgebaut. Aber bevor wir springen, sollten wir auf jeden Fall, ähm, diese Sachen hier fertig kriegen. Also da noch ein Hochbeet hinsetzen. Na komm. Baut das ab. Ah, ich kann noch mal hier Verrichtung zuweisen, bauen. Äh... Tom aus dem Norden. Mach das jetzt mal. Jawohl. Zack. Und noch ein Hochbeet. Einrichtung. Äh... Bump. Bump. Und da haben wir noch ein Hochbeet gebaut. Und wir machen wieder Früchte, Früchte. Ding, ding, ding. Sehr gut. Horstie, wie sieht es mittlerweile aus eigentlich? Fertigkeiten. Botanik 5. Botanik 5. Können wir dann... Nüsschen machen? Müsste gehen. Mit Horstie. Wir brauchen natürlich jetzt jede Menge Dünger und auch, naja, Wasser geht. Ähm, hier bei Wasser veredeln, da sind wir auf 12, falls wir weniger als 16 haben. So. So, und da sind wir auch fertig mit den Schiffen auseinanderbauen. Dann würde ich mal sagen, entweder nehmen wir jetzt in diesem Sektor noch irgendwas Interessantes auseinander. Gibt es hier denn noch was Interessantes? Hier wäre noch ein Wrack. Da wäre ein Schiff, was wir in Besitz nehmen können. Das finde ich alles nicht so spannend. Da unten waren wir schon. Hier wäre nochmal Wasser. Wasser und Hyperium. Ne, wir gucken uns den nächsten Sektor an. Und hoffen einfach, dass da ordentlich fett ist. So. Und wir haben die nächste Route gefunden. Und haben noch 6 Sprünge. Gucken mal, was hier ist. Hier scheint es wenig Ressourcen zu geben. Zum Nuss springen wir zurück zu die... Hä? Hier sind gar keine Ressourcen. Außer irgendwelchen Wracks. Da oben ist wieder ein Wrack mit... Hm. Dann springen wir mal da hin. Ach, hallo. Ja, dann würde ich doch mal sagen, nehmen wir das hier. Dieses System soll es sein. Mit Ressourcen und Wracks. Ja, Komposter ist erforscht. Danke, Hosti, fürs dran erinnern. So, stationieren. Und das ist mal... Oh ja, das ist auch mal wieder ein nicht ganz kleines Schiff. So, mal gucken. Eins. Mein Away-Team ist gerade frisch und fröhlich. Das heißt, ihr könnt mal einsteigen. Und wir werden hier direkt mal alles. Aber auch wirklich alles einsammeln. Und... Ja. Mit denen funken wir, wenn es soweit ist. Wenn wir das Schiff auseinandergenommen haben hier. Dann würde ich doch mal sagen, da hinten ist eine Luftschleuse. Also kommen wir mal von hier hinten. Nicht spiel laden. Um Gottes Willen. Spiel speichern. Jawohl. Fortsetzen. So, haben wir hier Aliens. Sieht fast nicht so aus. Das hier war mal ein Schiff der Sklaven in der Gilde. Hier ist noch irgendwas von einer Versklavungsanlage oder sowas. Ja, sieht ziemlich kaputt aus alles. Vielleicht finden wir hier ein neues Besatzungsmitglied. Wäre doch auch ganz schön. Und sehr verwinkelt. Irgendwie. Da hinten sind auf jeden Fall Locks oder Credits. Oh, Sklavenhalsband. Ja, ja. So, einmal da reingehen. Ach so. Da sind keine... Da liegt auf jeden Fall Dünger rum, was ich großartig finde. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele... Also vier Hochbeete. Es wird auch Zeit, dass wir die Chemieanlage erforschen. Aber wir haben ja jetzt auch zwei... Ach, da liegt noch ein Datenlog. Das nehmen wir noch mit. Kein neues Crewmitglied, so wie ich das sehe. Leider nicht. Und... Neues Datenlog. Sehr schön. Dann einmal hier... Alles auswählen, transferieren und... Das alles. Und ihr seid... Nicht mehr unter Direktbefehl. Und ihr könnt mal hier alles auseinander bauen. Wir haben ja jetzt... Vielen Dank.